Was ist der deutsche Mittelstand? Der deutsche Mittelstand investiert anteilmäßig mehr in Forschung und Entwicklung, als die Großunternehmen das tun. Es ist eine der Tugenden, die deutsche mittelständische Unternehmen haben. Sie trauen sich einfach, unabhängig von Quartalsergebnissen, in die Dinge zu investieren, die sie für richtig halten. Und Forschung und Entwicklung steht dabei für deutsche Mittelständler ganz weit oben.